Wenn ich gefragt werde, wie alles anfing, sage ich immer, dass alles begann, als wir zum Botanischen Garten gingen. Und mit wir meine ich meine Wenigkeit und zwei meiner Freunde. Wessen Idee es war, die verlassene Station zu besuchen? Wer die anderen überredet hat, dahin zu gehen? Ich sag ihnen immer, dass ich mich nicht erinnern kann. Ich lüge immer. Es ist eine sichere Lüge, denn es gibt keine Möglichkeit, die Wahrheit zu überprüfen. Sowohl Vitali als auch Eugen sind tot. Die massiven Türen der Luftschleuse ruckten und öffneten sich mit einem knirschenden Geräusch. Uns öffneten sie den Weg zur Hölle und den Dämonen einen Weg in die Metro. Aber letztendlich begann alles, als Mutter sagte, dass wir den Botanischen Garten spazieren gehen und mit der Metro dorthin fahren sollten. Ich erinnere mich an die kurze Rolltreppenfahrt an die Oberfläche, wie wir durch einen geräumigen Glaspavillon hinausgingen und eine Straße sahen, die mit Grünzeug überwachsen war. Ich erinnere mich an die kleinen Wolken, die sich über den grenzenlosen Himmel bewegten, an den leichten, kühlen Wind in meinem Gesicht. Mutter kaufte mir ein Eis. Seitdem habe ich nie wieder eins kosten dürfen. An diesem Tag wurde die Menschheit hingerichtet. Die Rechtschaffenen und die Sündigen wurden gerufen, um entsprechend ihrer Taten verurteilt zu werden. Und wir versteckten uns in der Metro vor Gottes Blick. Wir wurden vor seinem Zorn errettet und er beschloss offensichtlich, dass es die Mühe nicht wert war, uns da herauszuholen. Dann kümmerte er sich um seine eigenen Angelegenheiten oder starb vielleicht, während wir auf dieser verbrauchten und weggeworfenen Erde standen und einfach weitermachten. Ohne Ziel. Ich kann mich an so viele zufällige und unwichtige Dinge erinnern. Doch an das Wichtigste erinnere ich mich nicht. Das Gesicht meiner Mutter. Sie starb, kurz nachdem der Krieg begonnen hatte. Alles, was von ihr übrig ist, ist dieser Tag im Botanischen Garten. Wie sehr ich mir wünsche, mich an ihr Gesicht erinnern zu können. Die Art und Weise, wie sie mich ansah, wie sie mir zufristete, dass ich keine Angst zu haben brauche. Ich würde meine Seele dafür verkaufen, mich daran erinnern zu können. Jederzeit. Und das habe ich dann auch getan. Die Schwarzen kamen viel später. Aus der Richtung des Botanischen Gartens. Die Schwarzen. Riesige, alttraumhafte Kreaturen, die selbst den größten Menschen überragten. Unheimlich wie ein Mensch, der von innen nach außen gekehrt wurde. Monster, die geboren wurden, um uns zu vernichten. Es hieß, sie seien unglaublich stark und übernatürlich böse. Und dass sie mit ihren bloßen Pranken einen Menschen in Stücke reißen konnten. Das sind alles Lügen. Die Wahrheit ist noch viel schlimmer. Tja, ich habe früher in der Nähe gewohnt. Vor dem Krieg meine ich da oben. Ich war im Zug, als es passierte. Ich versuchte, meine Familie anzurufen, kam aber nicht durch. Was für eine? Was ist passiert? Scheiße! 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 Was passiert hier? Scheiße! Das war's für heute. Artyom! Wach auf, Artyom! Ich bin's, Karl! Albträume, was? Kein Wunder. Nach allem, was du durchgemacht hast. Hör zu, ich habe unglaubliche Neuigkeiten. Vor ein paar Tagen war ich bei den Ruinen der Schwarzen. Ich habe einen von ihnen gesehen. Lebendig. Ich bin sofort aufgebrochen, um dich zu finden. Denn du warst doch derjenige, den sie kontaktieren wollten. Bevor du den Raketenangriff auf sie gestartet hast. Khan! Wie zum Teufel bist du hier reingekommen? Raus! Sofort! Ja, Ullmann, einen Moment. Wenn ein Schwarzer überlebt hat, dann ist es extrem wichtig, dass du versuchst, mit ihm zu sprechen, Artyom. Ich verstehe ja, dass du jetzt, seit du zum Orden gehörst, Miller unterstehst. Aber wir müssen ihn überzeugen, diesen Einsatz zu genehmigen. Khan, ich hab dir gesagt, du sollst verschwinden! Das ist eine geheime Basis. Du dürftest nicht einmal hier sein. Ich bringe dich zu Obers Miller. Folge mir, Artyom. Mach dich bereit, Artyom. Ich warte am Ausgang. Bewegung, du Windbeutel! Ich kannte einmal einen Raucher. Das letzte Jahr seines Lebens musste er durch ein kleines Loch in seiner Kehle essen, trinken und aben. Der fahrerliche Ort hat in mehrerer Zeit entdeckt. Aber ich kann mich noch immer nicht... Ein seltsamer Ort. Das ist D6. Ich wusste gar nicht, dass überhaupt so große Bunker gebaut wurden. Der Bau begann zu Stalins Zeiten und lief weiter, bis die UDSSR zusammenbrach. Der Krieg ist unvermeidlich, haben sie gesagt. Das Volk glaubte an eine bessere Zukunft. Doch unsere Anführer setzten ihr Geld auf den Weltuntergang. Hallo, Artyom. Artyom war einer der Männer, die D6 gefunden haben. Sie gaben ihm auf der Stelle ein Ranger-Abzeichen. Schön für ihn. Ich musste zwei Jahre als Henry verbringen, bevor sie mich in den Orten aufgenommen haben. Naja, wie auch immer. Wo waren wir? Sie können in den Metros weiter dran. Mehr kommt es so vor, als könnte jeder Vertraue... Sieh dir diese zwei Anfänger an. Armselig. Kein Wunder, dass der Oberst befohlen hat, die Übungszeit zu verdoppeln. Noch vom Angriff auf die große Bibliothek. Letzte Woche entlassen. Sein Trupp ist also durch die Sümpfe zur Kirchenbasis geschickt worden. Romanoff war der Einzige, der dort lebendig angeht. Hallo, Artyom. Willkommen in der Waffenkammer. Wie ich gehört habe, bist du jetzt ein Ranger. Darauf müssen wir bei Zeiten einen trinken. Aber jetzt rüsten wir dich erstmal aus. Also gut. Zunächst einmal brauchst du eine Gasmaske. An der Oberfläche kannst du keinen Schritt ohne Gasmaske machen. Es ist zwar schon 20 Jahre her, aber die Strahlung ist an manchen Stellen noch immer stark genug, um Wasser zum Kochen zu bringen. Hier in der Metro gibt es auch ein paar Hotspots. Vergiss nicht die Filter für die Maske. Klar, sieht auch ohne sie ziemlich cool aus, aber die sind definitiv besser für deine Gesundheit. Jetzt die Medi-Packs. Tja, was soll ich sagen. Alles, was du zum Überleben brauchst. In einer tollen, orangefarbenen Packung. Hier ist dein Vorschuss für diesen Monat. Denk immer daran, dass du mit Militärpatronen bezahlt wirst. Klar kannst du die als gewöhnliche Munition verwenden, um besonders viel Schaden anzurichten. Aber du kannst sie auch verwahren, um neue Waffen, Zubehör, normale Mun oder Ausrüstung zu kaufen. Es ist wohl klüger, dein Geld bei den Händlern zu lassen, die sich überall in der Metro finden. Ha ha, in Ordnung. Jetzt zu den guten Sachen. Suchen wir dir ein paar Wummen aus. Nimm die, die du möchtest und probiere sie auf meiner Schießbahn aus. Ranger führen in der Regel bis zu drei Waffen mit sich in die Umfeldung. Und welche, das ist ganz allein deine Entscheidung. Stellung! Laden! Feuer! Aha, gute Wahl. Kalash ist das Arbeitspferd im Arsenal eines Rangers. Eine Pistole kann man immer tragen. Robust, verlässlich und genau. Also gut, Arzios. Geh zu meiner Schießbahn und probiere diese Waffen aus. Komm wieder, wenn du eine andere Waffe testen möchtest. Hey Arzios, zeig mir mal, was du drauf hast. Probier mal die anderen Sachen aus, die du aufgesucht hast. Laden! Feuer! Feuer! Probiere mitten auf die Brust der normalen Atrappe zu schießen. Gute Schieße! Jetzt schieß auf die Atrappe mit Brust. Bemerkst du den Unterschied? Du hast mehr versucht, um zu durchdringen. Halte dich auf die Ausschau, um zu sehen, wenn du auf ein Ziel mit Rüstung schießt. Probier mal ein... Lass dich ein kritischer Treffer. Hast du den Unterschied bemerkt? Das waren die Grundlagen. Du kannst noch weitergeben, wenn du möchtest. Oder zu Millers Einsatzbesprechung gehen. Vielen Volk, Herr Lamm. Wir dürfen niemandem in der Metro erzählen, dass die Seine gefunden haben. Das ist sauber. Zumindest der Bereich, in dem wir sind. Das haben die überprüft. Mela ruft die Gruppenanführer zusammen. Es wird eine große Versammlung geben. Bitte, Ossip, lass mich in Ruhe rauchen. Du bist also ein Experte, was die Hölle überwohnt hat. Schenk diesem Klang keine Beachtung, Alex. Öffne die Tore. Hast du von Lesnitzki gehört? Wovon redest du? Frag mal die Wachen am Labor. Scheiße. Was zum Teufel hat er getan? In Ordnung. Geh es dir. Lass den Scheiß! Die Sachen in D6 sind wie etwas, das ein Eroberer übers Grab hinaus mit sich genommen hat. Kalter Stahl, Widerösser und unermessliche Schätze. Natürlich sterben die Grabräuber immer auf schreckliche Art. Von Dämonen, Geistern oder ihrer eigenen Gehe getötet. Kahn, hörst du jetzt endlich auf, oder was? Hey! Ich habe gehört, dass Lesnitzki was angestellt haben soll. Was ist passiert? Weiß keiner. Lesnitzki war beim Labor. Als die nächste Schicht kam, stand die Tür offen und das Labor war geplündert. Lesnitzki war weg. Scheiße. Und was war drinnen? Chemische Waffe. Vielleicht irgendeine andere Scheiße. Mehr weiß ich nicht. Gottverdammt. Der Oberst wird mir wegen Lesnitzki noch eine verpassen. Ein glühend heißer Stich direkt in meine Seele. Wenn ich noch eine hätte. In Ordnung. Gehen wir. Wir können D6 vielleicht kontrollieren, aber das ist wie eine verdammte Stadt hier unten. All diese Bunker, die eigentlich gerade vor dem Haus gekommen sind. Sie sagen, die Hanse verstärken ihre Wachtfunkte auf ganzer Linie, insbesondere die, die in der Nähe der Faschisten sind. Hey, weißt jemand, worum es geht? Warum die Versammlung? Hermann, bring diese Typen zu Miller. Die wurden zu ihm bestellt. Ja, wo? In Ordnung. Rein da. Ich warte hier. Sobald ihr weg seid, spreche ich mit Miller. Die Bombardierung der Schwarzen war vielleicht der schlimmste Fehler der Menschheit. Was, wenn sie uns nichts Böses wollten, sondern nur zu kommunizieren versuchten? Vielleicht bedeuteten der starke Schmerz mit der Verlust des Bewusstseins in ihrer Gegenwart nur, dass wir nicht auf der Tülle waren. Maschinen mit unterschiedlicher Verkabelung. Aber irgendwie hast du, Artyom, einen gleichen Draht. Eine Verbindung zu den Schwarzen. Ja, an der Messe, unserer Heimatstation, sind Leute gestorben. Hunter, der Beste des Ordens, ist sehr wahrscheinlich ebenfalls tot. Und er hat dich dies gelehrt. Wenn wir in dieser neuen Welt nicht um unser Leben kämpfen, werden wir verschlungen. Das ist das Gesetz der Evolution. Doch ich würde sagen, dass die alten Gesetze nicht mehr gelten. In Ordnung. Artyom und Sie, Khan, habt Ihr etwas zu melden? Ja, Oberst. Dann fasst Euch kurz. Ich habe in den Gärten einen überlebenden Schwarzen gefunden. Was? Einer von denen lebt noch? Zum Glück, ja. Zum Glück. Khan, das ist absoluter Wahnsinn. Die Schwarzen waren die größte Bedrohung, die der Orden jemals bekämpfen musste. Oberst, geben Sie mir nur eine Chance. Ein einzelner Schwarzer stellt keine Bedrohung dar. Artyom besitzt eine Gabe. Ich glaube, er kann mit der Kreatur Kontakt aufnehmen. Lassen Sie ihn mit mir gehen. In Ordnung. Artyom, geh mit Khan zum Garten und finde den Schwarzen. Ich schicke einen Scharfschützen mit. Einen besten. Anna! Ja, hier! Warum brauchen wir einen Scharfschützen? Um die Kreatur zu eliminieren und die Aufgabe des Ordens zu Ende zu bringen. Miller, Sie können doch nicht. Das ist Mord. Haltet ihn fest! Sie Idiot! Sie machen den gleichen Fehler noch einmal. Wir sind hier fertig. Eskortieren Sie Khan hinaus. Artyom! Das ist deine letzte Chance auf Vergebung und darauf, diese Albträume loszuwerden! Paris kam. Anscheinend ist er der Kreatur zu nahe gekommen und hat seinen Verstand verloren. Sieh her, Artyom. Beende diesen Auftrag und komm schnell wieder hierhin zurück. Ein Krieg zieht auf. Und ich brauche jeden Ranger auf seinem Posten. Ab mit dir! Also, worauf wartest du noch? Komm schon, Versuchskaninchen. Artyom? Artyom! Wenn es stimmt, dass der Schwarze dich spüren kann, vielleicht könntest du ihn dann aus seinem Versteck locken, damit Anna frei zielen kann. Aber tu mir einen Gefallen. Lass den Schwarzen nicht in deinen Verstand hinein. Sonst hat Anna zwei Ziele. Hast du verstanden? Wir vermuten jetzt, dass Lesnitzki ein Schläfer war. Aber wir haben noch nicht über... Sag mir nicht, dass du den Mist von wegen Frieden schließen mit den Schwarzen glaubst. Ich wünschte, ich wäre selbst in diesem Turm gewesen, um die Raketen einschlagen und die Schwarzen in ihrem Nest brennen zu säen. Komm schon, Kaninchen. Würdest du diese Dinge in den Metro lassen? Sie in unsere Gehirne kriechen lassen, damit sie uns wie Tiere benutzen können? Vielleicht sollten wir uns mit ihnen paaren, damit die Kinder an der Oberfläche leben können und die Strahlung auffressen. Scheiße, dem Teufel gibt man nicht die Hand. Sei ein Tageskleines Versuchs, Kaninchen. Hier gibt es für uns nichts mehr zu tun. Lass uns aufberechen. Lass uns auf reinsch 1918 schauen. Vielen Dank.